Sie hören einen Ausschnitt aus Die gefährlichste aller Religionen von Larkin Rose aus dem amerikanischen Übersetzt von Peter Müller Die geheime Zutat Staatsgläubige versuchen, die Existenz einer herrschenden Klasse namens Regierung mit vernünftigen, legitimen, nützlichen Dingen zu rechtfertigen. Sie erklären diese Dinge dann zur Grundlage des Staates. Sie behaupten, wenn die Menschen sich organisieren, um ein gemeinsames Verteidigungssystem zu errichten, dann nennt man das Staat. Oder es heißt, ein Staat entsteht, wenn Menschen gemeinsam entscheiden, wie Dinge wie Straßen, Handel und Eigentumsrechte funktionieren sollen. Oder sie sagen, wenn die Menschen ihre Ressourcen bündeln, um Dinge gemeinsam zu tun, anstatt dass jeder Einzelne alles für sich alleine macht, dann ist das ein Staat. Nichts davon entspricht der Realität. Solche Annahmen dienen dazu, den Staat als natürlichen, rechtmäßigen und nützlichen Teil der Menschheit darzustellen. Aber alle diese Annahmen ignorieren den wahren Kern des Staates. Der Staat hat nichts mit Organisation, Kooperation oder gemeinsamen Übereinkünften zu tun. Unzählige Gruppen und Organisationen, Supermärkte, Fußballmannschaften, Autohersteller, Bogenschützenvereine und so weiter, handeln kooperativ und zum gemeinsamen Vorteil. Sie werden aber nicht Staat genannt, weil sie kein Recht auf Herrschaft beanspruchen und auch nicht von sich behaupten, dass sie ein solches Recht hätten. Regierungen entstehen nicht einfach so aus Supermärkten oder Fußballmannschaften und auch nicht aus Menschen, die sich organisieren, um sich gemeinsam und gegenseitig zu verteidigen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Wie können wir uns effektiv verteidigen und Ich habe das Recht, dich zu beherrschen. In der Staatslehre wird behauptet, dass der Staat und die Regierung Ergebnisse zivilisierter und organisierter Menschen sind. Tatsächlich aber sind sie ausschließlich Ergebnisse des Märchens, dass es jemanden geben muss, der das Sagen hat. Ohne den religiösen Glauben an die Autorität würde keine Kooperations- oder Organisationsform jemals zu einer Regierung werden. Zu einem rechtmäßigen Herrscher zu werden, setzt eine drastisch verzerrte allgemeine Wahrnehmung von Dienstleistungen voraus. Dabei ist es egal, um welche Art der Dienstleistung es sich handelt. Lebensmittelversorgung, Wohnungsbau, Information, Schutz oder sonst etwas. Eine Organisationsform kann nicht wundersamerweise zu einer Regierung werden, ebenso wenig wie ein Angestellter eines Sicherheitsdienstes wundersamerweise zum König werden kann. Diese falschen Vorstellungen von einer Dienstleistung führt zu einer weiteren Behauptung der Staatsgläubigen, dass eine Beseitigung der Regierung dazu führen wird, dass Verbrecherbanden die Herrschaft übernehmen würden und dadurch eine neue Form von Regierung entstehen würde. Diese gewaltsame Ausübung von Herrschaft wird aber nicht automatisch als das Handeln einer Regierung angesehen. Solange der neuen Verbrecherbande nicht das Recht zu herrschen zugeschrieben wird, solange wird sie auch nicht als Regierung betrachtet. Eine moderne Bevölkerung zu unterwerfen, vor allem wenn sie bewaffnet ist, setzt tatsächlich einzig und allein voraus, dass die Herrschaft als rechtmäßig wahrgenommen wird. Heutzutage würde die Herrschaft mittels bloßer Gewalt über eine größere Menge an Menschen ungeheure Ressourcen erfordern. Waffen, Spitzel, Söldner und so weiter. So viele, dass es aussichtslos wäre. Die Horrorvorstellung von brutalen Verbrecherbanden, die ein Land unterwerfen, passt zwar in die Kinos, aber in einem Land mit einem Kommunikationsnetz und Waffen wird es nicht dazu kommen. Die einzige Möglichkeit, eine größere Bevölkerung heutzutage zu unterwerfen, besteht darin, dass die Herrschaftsanwärter die Bevölkerung davon überzeugen, dass sie das moralische Recht dazu hätten, sie zu beherrschen. Das gelingt nur, wenn die Vorstellung von einer rechtmäßigen Autorität in die Köpfe der Opfer eingehämmert wird und diese daraufhin davon überzeugt sind, es mit einer rechtmäßigen und korrekten Regierung zu tun zu haben. Sobald das gelingt, ist kaum noch Gewalt nötig, um an die Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten. Wenn das Regime dagegen jemals den Anschein der Rechtmäßigkeit in den Augen seiner Opfer verliert oder wenn es diesen Anschein nie erreicht, wird rohe Gewalt nicht dazu ausreichen, die Macht zu erhalten und zu sichern. Verbrecherbanden und beliebige andere Organisationen können nicht zu Regierungen werden, solange die Menschen nicht glauben, dass irgendwer das Recht hätte, sie zu beherrschen. Wenn sich die Menschen vom religiösen Glauben an die Autorität befreien, dann brauchen sie dementsprechend keine Revolution, um frei zu sein. Regierungen werden daraufhin einfach verschwinden, weil der einzige Grund, warum sie überhaupt existieren, der religiöse Glaube an die Autorität im Kopf der Staatsgläubigen ist. Die Politiker und ihre Söldner, die ihre Drohungen wahrmachen, sind zwar sehr real, aber ohne den Anschein der Rechtmäßigkeit werden sie als machtbesessene Verbrecherbande angesehen und nicht als Regierung. Manche, unter ihnen auch Thomas Jefferson in der Unabhängigkeitserklärung, behaupten, dass es möglich und wünschenswert sei, eine Regierung zu haben, die nichts anderes tut, als die Rechte des Individuums zu schützen. Aber eine Organisation, die sich nur darauf beschränkt, wäre keine Regierung. Jeder Einzelne hat das Recht, sich und andere gegen Angriffe zu verteidigen. Auch wenn das im Rahmen einer sehr großen und gut organisierten Form geschieht, so wäre das ebenso wenig ein Staat, wie ein großer Lebensmittelhersteller ein Staat wäre. Damit eine Organisation ein Staat ist, muss sie per Definition etwas tun dürfen, wozu andere Menschen nicht das Recht haben. Eine Regierung mit den gleichen Rechten wie jeder andere ist keine Regierung. Genauso wenig, wie der Durchschnittsmensch auf der Straße eine Regierung ist. Die Notwendigkeitsausrede Eine häufige Ausrede der Staatsgläubigen ist, dass die Menschheit eine Regierung brauchen würde. Die Gesellschaft benötigt angeblich einen Anführer. Irgendwer müsse verantwortlich sein, sonst gäbe es Chaos und blutige Auseinandersetzungen. Aber eine bloße Notwendigkeit, egal ob real oder nur in der Vorstellung, kann kein Fabelwesen real werden lassen. Ein Recht zu herrschen wird nicht Realität, nur weil es angeblich für eine friedliche Gesellschaft gebraucht wird. Niemand würde behaupten, dass der Weihnachtsmann real ist, weil wir ihn dazu brauchen, damit Weihnachten funktioniert. Wenn die Autorität nicht existiert und nicht existieren kann, wie im Folgenden noch belegt wird, dann ist die Aussage, dass wir sie bräuchten, nicht nur sinnlos, sondern offensichtlich auch unwahr. Wir können nicht einfach etwas durch die Kraft der Gedanken herbeizaubern, das dann tatsächlich real ist. Wenn man ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt, wird die Tatsache, dass ein Fallschirm notwendig ist, nicht dazu führen, dass plötzlich ein Fallschirm entsteht. Ebenso wenig ist es möglich, dass ein Mensch auf diese Weise das Recht erhält, über einen anderen zu herrschen. Auf der anderen Seite kann dadurch unmöglich die Pflicht entstehen, sich unterwerfen zu müssen. Die Behauptung, dass die Notwendigkeit dazu führt, dass etwas real entsteht, ist schlicht und einfach falsch.